Ich bin aber auch ganz klar auf der anderen Seite und sage das auch, dass wir die Integrations- und Aufnahmekraft unseres Landes nicht überfordern dürfen. Vor allen Dingen, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Das weiß ja heute kaum noch einer, dass kurz davor, kurz davor die AfD bei drei, vier Prozent lag. Heute liegt sie im Schnitt bundesweit bei 20 Prozent. Also es hat alles seinen Grund. Also ich AfD, nein, aber die stellen ja wenigstens die richtigen Fragen oder die sprechen wichtige Themen an. Ja, heiliger Einfall. Es geht doch nicht um die Themen. Es geht doch nicht um die Fragen, die die AfD stellt. Es geht um die Antworten. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Die AfD lebt davon. Sie lebt davon, dass sie nicht eine bürgerlich-konservative Partei ist, sondern eine Reaktionäre. Sie lebt davon, dass sie keinen Patriotismus pflegt, sondern Nationalismus. Der starke Mann, das ist doch nicht Herr Kruppaller, das ist doch ein Witz, der starke Mann ist Björn Höcke. Zwei Landesverbände gelten als gesichert rechtsextremistisch. Gerade dort, wo die AfD als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird, ist Fraktionsvorsitzender im thüringischen Landtag der Mann, den man vom Gericht erlaubt als Faschist bezeichnen darf. Wir haben vielleicht zu lange gedacht, wir sind die Weltmeister. Olaf Scholz sagt, das ist das Originalzitat vom Kanzler, SPD, Bundesparteitag. Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Dann muss doch die Union dagegen halten. Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Fleiß der Menschen. Das heißt, unsere Firmen können auf den Weltmärkten nicht punkten, indem sie sagen, wir sind die Billigsten, sondern wir sind die Besten. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, Herr Bosbach, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Es geht heute darum, wie zukunftsfähig ist Deutschland. Es gibt ja Debatten, es gibt renommierte Tageszeitungen aus den USA, die einen Abgesang auf die deutsche Wirtschaft machen. Darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen, natürlich um vieles mehr. Erstmal herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Schöne Grüße an den Aktienlust-Stammtisch. Ja, Herr Bosbach, natürlich viele Zuschauer. Dir interessiert natürlich, wie geht es Ihnen? Natürlich, wir wissen alle ein bisschen um Ihre gesundheitliche Situation. Aber Sie machen hier eigentlich einen ganz munderen Eindruck. Ja, das liegt bestimmt daran, dass ich mitten in einer Strahlentherapie bin. Gestern Bestrahlung, heute Pause, morgen wieder Bestrahlung. Ich sage mal, so la la, anders formuliert, mir geht es nicht so gut, wie ich es mir selber wünschen würde, aber besser, als es mir gehen könnte. Also unter dem Strich, alles ist gut. Ja, umso bemerkenswerter, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Und das zeigt aber auch, dass Ihnen das selbst natürlich am Herzen liegt, dieses Thema. Und ich meine, wenn wir uns die letzten Tage mal anschauen, was alle so geschrieben wurde über Deutschland, ja angefangen jetzt auch von Bloomberg, die wirklich einen Abgesang auf die deutsche Wirtschaft geschrieben haben, schleichender Abgesang, oft in kleinen Schritten. Investitionen werden zurückgeschraubt, Konzerne verlagern ihre Produktionsstätten ins Ausland. Vorher schon die New York Times, die wirklich auch innerhalb der EU Deutschland für verantwortlich macht, dass es wirklich um die EU selber schlecht bestellt ist, dass der Abstand zu Amerika, zu Asien immer größer wird. Und jetzt hat selbst der Wirtschaftsminister gestern nochmal nachgelegt und hat eingeräumt, es steht um unsere Wirtschaft katastrophal. Ja, wenn Sie das hören, diese erschütternde Bestandsaufnahme, was halten Sie davon? Teilen Sie diese Einschätzung? Also ich bin von Geburt und aus Überzeugung bin ich Rheinländer. Wir sind ohnehin nicht depressiv unterwegs, sogar nicht in der Fastenzeit. Aber es gibt natürlich viele Indikatoren, die dafür sprechen, leider dafür sprechen, dass wir nicht nur akut in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sind, sondern auch Grund zu der Annahme haben, dass es jedenfalls in absehbarer Zeit nicht deutlich wieder bergauf geht. Wenn wir das schwächste Wirtschaftswachstum von den G7-Staaten haben, oder nehmen Sie mal einen ganz anderen Bereich, der Wohnungsbau, der in weiten Teilen dann niederliegt, dann ist das eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wir haben gerade vor wenigen Stunden die Nachricht bekommen, Microsoft investiert in Deutschland, genauer gesagt hier in der rheinischen Nachbarschaft in Nordrhein-Westfalen, über drei Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum. Also, wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, das stimmt. Wir sind auch das Gegenteil einer Konjunktur-Lokomotive in Europa, beziehungsweise in der Europäischen Union. Wir sind zwar die drittgrößte Volkswirtschaft, aber es fehlt uns an Dynamik. Aber wenn wir uns jetzt jeden Tag gegenseitig bedauern, wie schwierig das alles ist, dann wird es garantiert nicht besser. Mir geht es nicht um Zweckoptimismus, sondern mir geht es darum, deutlich zu machen, Deutschland hat ja nicht nur Schwächen, wir haben auch Stärken. Das sehen wir natürlich vor allen Dingen als Männer der Börse genauso. Ja, wir haben tolle Unternehmen hier im Land, die allerdings natürlich hier unter den Rahmenbedingungen zunehmend leiden und das auch kundtun. Ja, ein Thema, was ja immer wieder auf den Schirm kommt, was letztendlich ein großer Belastungsfaktor ist, auch für unsere Unternehmen hier im Land in Sachen Produktion, das sind die Energiepreise, die einfach auch im internationalen Wettbewerb viel zu hoch sind. Ja, sehen Sie auch hier eigentlich den Schlüssel dafür, dass man da wieder ein bisschen die Trendwende zur Besseren schafft? Wir haben auch hier ein differenziertes Bild. Es gibt Betriebe, da ist die Energiepreisentwicklung jetzt nicht das Problem Nummer eins. Sie haben ganz andere Probleme. Der eine beklagt den Fachkräftemangel, der andere betragt überbordende Bürokratie. Und dann gibt es wiederum Unternehmen, für die spielt die Energiepreisentwicklung auch eine sichere Energieversorgung für den Standort, an dem sie produzieren, eine überragende Rolle. Richtig ist, dass wir uns nicht nur die Haushaltsstrompreise betrachten müssen, sondern vor allen Dingen die Industriestrohpreise, die ja wichtig sind für das produzierende Gewerbe. Und da liegen wir nicht nur meilenweit über den Preisen, die in China gezahlt werden, nämlich deutlich unter einem Cent pro Kilowattstunde, sondern wir liegen auch deutlich über anderen Standorten in der Europäischen Union. Nicht nur, aber gerade für die energieintensiven Betriebe ist das ein wichtiges Thema. Aber sicherlich auch bei der Frage, wo investieren wir denn hier oder in anderen Ländern? Aber wenn wir uns jetzt mal den Wirtschaftsminister anhören, der sich ja gestern wirklich beklagt hat und letztendlich als Lösung nur vorschlägt, wir brauchen die Aufweichung der Schuldengrenze, aber strukturell eigentlich keine Ideen hat und schon gar nicht auf die Idee kommt, auch was das Thema Energiepreise angeht, letztendlich von diesem Kurs abzusehen, dann ist doch das schon bedenklich. Und der Finanzminister schlägt ja letztendlich ins gleiche Horn und sagt, das sieht schlecht aus. Also fangen wir mal vorne an. Von Robert Habeck stammt ja auch der schöne Satz, wir entlasten jetzt die Stromkunden, die EEG-Umlage zahlt jetzt der Staat. Wer ist der Staat? Die Familie Habeck. Der Staat sind wir alle. Richtigerweise hätte er sagen müssen, die EEG-Umlage zahlen sie jetzt nicht mehr als Stromkunde, sondern als Steuerzahler der Bundesrepublik Deutschland, was Haushalte und wirtschaftlich tätige Unternehmen auch nur bedingt beruhigt hätte. Kein Mensch konnte dort die Geschichte glauben. Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Das heißt, es wurde immer suggeriert, wir müssen nur aus den klassischen Erzeugungsbedingungen aussteigen. Kernenergie sowieso, da sind wir schon raus, obwohl wir sind ja gar nicht raus aus der Kernenergie. Wir sind aus der heimischen Produktion der Kernenergie ausgestiegen, aber nicht aus der Nutzung der Kernenergie. Die importieren wir jetzt, größtenteils aus Frankreich. Nee, aber die Energieversorger schicken leider eine Rechnung. Und da Wind und Sonne auch in tausend Jahren nicht grundlastfähig sein werden, egal wie viele Windmühlen wir noch aufstellen oder wie viele Sonarpaneele noch montiert werden, brauchen wir zur Sicherung einer Energieversorgung für die privaten Haushalte und die gewerbliche Wirtschaft. Komplettes Backup, denn wir können nicht den Strombedarf von den Witterungsbedingungen abhängig machen. Das heißt, Strom wird oder Energie dort verlangt, muss bereitgestellt werden, wo sie benötigt wird, und zwar unabhängig von Witterungsbedingungen. Das heißt, wir werden eine ganze Fülle neuer Kraftwerke bauen müssen, insbesondere Gaskraftwerke. Die müssen dann zu- und abgeschaltet werden, um die Netzstabilität von 50 Hertz zu halten. Das verursacht erhebliche Kosten, die nennt man Redispatch-Kosten. Das waren mal Millionen, jetzt sind es schon Milliarden. Das wird tendenziell immer weiter steigen. Das heißt, ich kann hier nicht versprechen, wenn wir immer weiter die erneuerbaren Energien ausbauen, wird es immer preiswerter. Nein, ich fürchte, wir werden, was die Preisentwicklung angeht, in der Spitzengruppe der Industrieländer bleiben. In unserer heutigen Sendung haben wir ein weiteres Schwerpunktthema, wo wir letztendlich auch hinterherhinken. Ja, das ist das Thema Digitalisierung, IT, Infrastruktur, Cybersecurity, Cloud-Business etc. Und wenn ich jetzt mal hier zurückblicke in die 90er Jahre hinein, ja, da hatte Deutschland noch führende PC-Hersteller. Als der Mobilfunk losging, da hatten wir Europäer, Eriksen, Nokia, Siemens am Start. Selbst als die Solarindustrie losging, da hatten wir noch das Solar Valley in Ostdeutschland zu Hause. Ja, also da war Deutschland in den Trends noch führen und davon ist nichts mehr geblieben. Was ist da falsch gelaufen? Gute Frage. Nicht, dass wir unbedingt schlechter geworden sind, aber andere sind besser geworden. Man muss ja auch von so einem Interview, von unserem Gespräch etwas mitnehmen. Empfehle ich mal allen, die uns zusehen und zu hören, den wunderbaren Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Dieser Satz ist der erste Satz, der weltweit über ein Telefon gesagt wurde und zwar in Hessen, ein Satz in Deutsch. Denn der Erfinder des Telefons ist nicht Alexander Graham Bell, sondern das ist Philipp Reis, Physik- und Mathematiklehrer. Frage. 23 Millionen Smartphones wurden im vergangenen Jahr in Deutschland gekauft. Wie viele Millionen waren von deutschen Herstellern? Also wir können das, was Sie am Anfang richtigerweise gesagt haben, fortschreiten. Wir können ein anderes Beispiel nehmen. 70er, 80er Jahre waren wir noch Trendsetter bei der Technologie für Unterhaltungskommunikation. Wo sind Sie? Blaupunkt, Telefunken, Löwe, Obda, Nordmende, Grundig, Grätz. Wir haben vielleicht zu lange gedacht, wir sind die Weltmeister. Wir sind technologisch vorne und wir verkaufen unsere Produkte. Wir leben vom Export. Haben wir auch, tun wir auch heute immer noch gut. Aber auch die kaufstarken Märkte sind ja mittlerweile Konkurrenten geworden. Das beste Beispiel ist China, aber nicht das einzige Beispiel. Das heißt, die Länder, die wir noch vor 15, 20 Jahren als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnet haben, haben aufgeholt die Kupfer nicht mehr ab. Die machen das jetzt selber in unserer Qualität zu Preisen, die wir niemals werden unterbieten können. Wir sind kein Niedriglohnland, können auch nie ein Niedriglohnland werden. Das heißt, unsere Firmen können auf den Weltmärkten nicht punkten, indem sie sagen, wir sind die Billigsten, sondern wir sind die Besten. Es ist ja jetzt nicht nur die ganze Bundesrepublik ein Teil des Elends. Wir haben weit über 1.000 Weltmarktführer in bestimmten Disziplinen bei uns beheimatet, aber sehr, sehr viele aus den alten Industrien, da wo wir immer noch unsere Stärke haben. Sie sagen es, bringen es auf den Punkt. Das geht ja um das große Thema der Digitalisierung, wo wir einfach das verpasst haben. Internetinfrastruktur, wir sind da ja teilweise in der Netzabdeckung, weltweit ja hinter Ländern wie Aserbaidschan hinken wir hinterher. Wir nutzen noch Faxgeräte und in den Schulen, selbst bei meinen Kindern in der Schule, ist noch der gute alte Overhead-Projektor im Einsatz. Da stellt man sich die Frage, wie viel Verantwortung hat letztendlich auch die Ära Merkel daran getragen? Weil letztendlich, wenn wir uns mal die Entwicklung anschauen, auch an der Börse, also der deutsche Aktienmarkt ist mit den USA immer relativ konstant gelaufen, aber dann eben mit dem Siegeszug der Digitalisierung hat sich die Schere aufgetan, von der sich Deutschland bis heute nicht erholt hat. Und wie soll man da den Anschluss wieder finden? Fangen wir mal hinten an, wenn Sie sich die teuersten börsennotierten Unternehmen auf der Welt ansehen. Jetzt legen wir mal Aramco beiseite, den saunischen Ölmulti. Da sind Firmen dabei wie Microsoft, wie Apple, wie Amazon, wie Alphabet, Klammer auf Google, Klammer zu. Da werden keine Autos gebaut, es sind keine Maschinenbauer, keine Elektroindustrie, keine chemische Industrie. Das ist die neue industrielle Welt, wo enorme Gewinne erzielt werden, die wiederum in modernste Technologien wie zum Beispiel KI investiert werden. Das ist richtig. Da haben wir den Anschluss verloren. Man würde ein bisschen weiter zurückgehen. Ära Merkel gilt ja immer so als Nachweis. Wenn heute was schiefläuft, hat es immer an 16 Jahren Angela Merkel gelegen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter zurück in die Ära Schröder-Fischer. 2002 war das erste Jahr in Deutschland, wo wir mehr Digitaldaten verarbeitet haben als traditionell analog. Das war eigentlich der Startschuss, oder hätte der Startschuss sein müssen, zu sagen, Achtung, die Welt ändert sich rasant. Disruptive Entwicklungen. Wir investieren jetzt in die digitale Infrastruktur unseres Landes. Ich fürchte, wir haben zu lange gedacht, der Markt wird es schon richten. Nein, der Markt richtet es nicht. Der Markt richtet es zunächst doch, wo man auch Return on Invest hat. Also insbesondere in den Bannungszentren, in den Metropolen, ganz anders auf dem flachen Land. Ich kann Ihnen auch das Gegenbeispiel nennen. Das schließt genau da an, wo Sie gerade erwähnt haben. Ich glaube, Aserbaidschan war Ihr Beispiel. Ich war vor einigen Jahren im Oman. Ich kann nur sagen, zum Niederknien tolles, ganz interessantes Land. Überall hatte ich Handyempfang. Oase, Wüste, Strand, Hochgebirge, Unterwasser, überall Handyempfang. Wenn ich von zu Hause zum Köln-Bonner Flughafen fahre, 18 Kilometer, bricht dreimal die Verbindung ab. Nein, der Markt richtet es nicht. Im Grunde hätte man den Gedanken aufgreifen müssen, Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasserwege als staatliche Aufgabe. Das ist auch eine staatliche Aufgabe, weil das die modernen Straßen der Infrastruktur sind. Also 5G ist ja dafür nur ein Beispiel. Aber das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Viele glauben, oben sticht unter. Also der Bund befehlt und die Länder und die Kommunen schlagen die Hacken zusammen. So einfach ist das in Deutschland nicht. Also in zentral regierten Staaten wie zum Beispiel in Frankreich ist so etwas einfacher durchzusetzen als im real existierenden Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Das sehen Sie auch an dem Digitalisierungsindex des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin, dass wir einen ganz, ganz unterschiedlichen Grad der Digitalisierung haben. Bayern und Baden-Württemberg sind dann deutlich vorne. Die neuen Länder kommen mit deutlichem Abstand dahinter. Sie sehen es übrigens auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Ja, aber da bleibt ja die Frage, wie können wir an diesen Rahmenbedingungen was ändern? Wenn ich jetzt auch in die Start-up-Szene mal reinschaue. Wir erleben Großartiges teilweise in Polen, was Digitalisierung, was IT angeht. In Deutschland, wenn man sich mit Gründern unterhält, die überlegen jetzt schon, lieber gleich den Gang in die USA oder sonst wo hinzugehen, als es hier überhaupt zu versuche. Das hat aber auch einen anderen Grund. Also wir sollten jetzt nicht unsere Start-up-Szene tot reden. Es gibt ja auch in Deutschland faszinierende Beispiele für gelungene neue Geschäftsidee. Ich möchte mal zwei andere Gedanken hier im Gespräch an den Start bringen. Der erste Gedanke, Die Amerikaner haben auch eine andere Haltung zu Risiko. Auch zur Anwerbung von Risikokapital. Da tun sich die Deutschen wesentlich schwer als die Amerikaner. Wenn in Amerika ein neues Gerät vorgestellt wird, denkt jeder Amerikaner, jeder kann man damit Geld verdienen. Machst du das Gleiche in Deutschland, denken wir alle, was kann passieren, wenn ich das benutze und wo kann ich mich gegen einen Schaden versichern? Wenn mal bei uns, und das wissen Sie doch auch nicht, jede Idee ist die Rakete. Da ist auch mancher Knallforsch dabei. Der Amerikaner würde sagen, der hat es versucht. Der ist wenigstens mal ein Risiko eingegangen. Er hat es mal probiert. Wir Deutschen würden schnell dazu neigen, zu sagen, er ist gescheitert. Also diese Aufbruchmentalität. Komm, wir machen das mal, wir riskieren das mal. Das würde ich mir unserem Land wünschen. Und dass wir mehr Risikokapital akquirieren können. Nicht jede Geschäftsidee wird ein Erfolg. Aber wenn von drei Ideen eine oder zwei ein großer Erfolg wären, hast du den Verlust von der anderen Idee schnell wieder reingeholt. Herr Bosma, wir werden gleich noch über weitere Themen sprechen, die natürlich auch dazu beitragen können, dass es in unserem Land wieder dynamischer vorangeht. An dieser Stelle schalten wir aber erst mal zurück in den Fuchsbau zu unserer Diskussionsrunde und werden natürlich auch Ihre Gedanken hier aufgreifen, die ja doch auch Hoffnung machen, dass wir hier auch in Sachen Digitalisierung, Internet nicht alles irgendwie schon aufgeben müssen, sondern vielleicht mit neuen Konzepten vorangehen. Also an dieser Stelle schon mal... Also wenn ich gerade mal ein praxisnahes Beispiel einpflegen darf. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, in Indien ist uns in Punkten Digitalisierung 20 Jahre voraus. Meine Frau und ich bemühen sich seit Wochen darum, online ein Visum für Indien zu bekommen. Wir haben schon ein paar hundert Euro ausgegeben, aber immer noch kein Visum. Also es ist doch jetzt nicht so, als wenn wir jetzt hier das Schlusslicht der Welt sind und andere Länder sind uns mit sieben Meilenstiefeln vorangehalten. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Und natürlich auch zur Union. Wir müssen ja mal festhalten, noch nie zuvor war eine Regierung unbeliebter als die aktuelle. Und noch nie zuvor hatte ein Kanzler schlechtere Umfragewerte als aktuell. Und trotzdem muss man sagen, ist das, was die CDU, die Union letztendlich da rausholt, ja eigentlich eher enttäuschend. Also normalerweise bei diesen Steilvorlagen, die die aktuelle Regierung liegt, müsste die Union eher bei 40 Prozent und mehr liegen. Und da muss man sich die Frage stellen, woran liegt das? Und kann es daran liegen, dass einfach die Bürger den Eindruck haben, okay, wenn ich die Union wähle, habe ich jetzt auch nichts Großartiges anderes, als wenn ich jetzt SPD oder Grüne wähle? Also diese zunehmende, ja auch der Linksruck, das kann man ja schon sagen unter Angela Merkel. Also wo viele Leute eigentlich sich bei der Union auch keine großartige Wende erhoffen. Also Sie nicht, aber ich bin ja groß geworden. Dafür sind Sie noch zu jung in einer Zeit. Da gab es das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Wurde die SPD stärker, ließ die Union nach. Wurde die Union stärker, ließ die SPD nach. Das ist vorbei. Warum? Das ist aber nicht die Schwäche der Union. Wir haben heute eine völlig veränderte Parteienlandschaft. Sieht man von den ersten Jahren der Republik ab, war es doch immer die FDP, die entschieden hat, wer kann hier den Kanzler stellen und wer regiert. Da war es mal Sozialliberal. Dann war es Schwarz-Gelb. Gehen Sie mal 82, 83. Der Wechsel der FDP von der SPD, schrächtig Kanzler Helmut Schmidt hin zur Union. Helmut Kohl. Und dann kam das Jahr des Herrn, 1983. Die Grünen kommen in den Bundestag. Da wurde die Parteienlandschaft schon breiter. 1990 Wiedervereinigung. Nicht addieren, ist immer der gleiche Laden. SED, SED, PDS, WASG, Linkspartei. Wurde das Parteien-Spektrum noch breiter. 2017. Und noch die AfD im Bundestag. Vielleicht schafft es das Bündnis Sarah Wagenknecht auch noch, die 5-Prozent-Hürde zu knacken. Ich will sagen, wenn wir auf der einen Seite eine Koalition aus 3 Parteien haben, auf der anderen Seite eine Oppositionspartei, dann müsste es genau so sein, wie Sie sagen. Aber wenn Sie auf der anderen Seite 4 Oppositionsparteien haben, das ist doch klar, dass nicht eine Oppositionspartei alleine den Frust über die Ampel-Performance auf die eigenen Mühlen leiten kann. Das fangen dann andere Parteien, Klammer auf Leider, Klammer zu, mit auf. Bei der Bundestagswahl war die AfD Nummer 5, die zweitkleidste Partei im Parlament. Jetzt ist sie die Nummer 2. Das hat nicht nur, aber auch und nicht zuletzt mit der Politik der Ampel zu tun. Aber ich hage da noch mal nach. Meine Frau arbeitet in der Gemeindepolitik für die CDU. Also hier in Fulda, das ist ja immer noch, ich sage mal, eine schwarze Hochburg. Ja, und hier wird auch regional extrem viel gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Und trotzdem merkt man auch hier an der Basis einfach diese Unzufriedenheit mit der Regierung oder mit der Arbeit in Berlin, weil man einfach diese konservativen Themen, auch diese wirtschaftsorientierten Themen aktuell nicht so wiederfindet, wie es eigentlich früher der Fall war. Also ist da irgendwie die Arbeit in Berlin oder die Union in Berlin von der Basis abgerückt, zu sehr? Also erstens höre ich, dass sie am Stammbassamt alles richtig gemacht haben. Zweitens, das ist ja tatsächlich so. Wir haben viele Wählerinnen und Wähler, treue Stammwähler der Union, politisch heimatlos gemacht. Die einen irritiert, die anderen haben dann der Union in den Rücken gekehrt, sind in die Wahlenthaltung gegangen und andere haben Zuflucht bei anderen Parteien besucht. Das ist so, sie richtig beschrieben. Ich glaube, die Strategie war so ein bisschen, die Bürger nicht konservativen, die wählen uns sowieso. Jetzt brauchen wir nur noch eine Öffnung weiter nach links. Dann sind wir kurz vor der absoluten Mehrheit, denn die einen wählen uns sowieso und die anderen hoffentlich. Ja, die Rechnung ist aber nicht aufgegangen. Ich muss allerdings sagen, in der Mitte der Kanzlerschaft von Angela Merkel hatten wir über 40 Prozent. Das war ja tatsächlich so. Aber die politische Konkurrenz, insbesondere die AfD, hat 15, 16 durch die Flüchtlingskrise einen enormen Aufwind bekommen. Das weiß ja heute kaum noch einer, dass kurz davor, kurz davor die AfD bei drei, vier Prozent lag. Heute liegt sie im Schnitt bundesweit bei 20 Prozent. Also es hat alles seinen Grund, was Sie gerade erwähnt haben. Und ich persönlich wünsche mir auch eine klare Sprache, eine klare Ansage. Nicht verletzend, das ist was ganz anderes. Aber wir müssen als Union, vor allen Dingen jetzt im Bundestagswahlkampf, deutlich machen, was unterscheidet uns eigentlich von der politischen Konkurrenz. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Olaf Scholz sagt, das ist ein Originalzitat vom Kanzler, SPD, Bundesparteitag. Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Dann muss doch die Union dagegen halten. Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Fleiß der Menschen, auf der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Nur wenn wir wirtschaftlich stark und wettbewerbsfähig sind, werden wir auch den Sozialstaat immer weiter ausbauen können. Wenn wir wirtschaftlich schwächeln, wie wollen wir dann den Sozialstaat immer komfortabler ausbauen? Und wir haben große Herausforderungen bei den Themen Gesundheit, Pflege, Rente. Also da brauchen wir nicht nur ein attraktives, überzeugendes Wahlprogramm. Da brauchen wir auch eine Sprache, mit der wir bei den Menschen gehört werden. Ja, Sie haben das eigentlich richtig beschrieben, also dass anfangs auch diese Orientierung unter Angela Merkel Richtung dem linken Spektrum ja ein Erfolg war. Man hat neue Wählerschichten erschlossen. Ich kenne selber Lehrerinnen, die wären nie im Traum darauf gekommen, CDU zu wählen. Die haben unter Angela Merkel CDU gewählt. Ja, aber natürlich waren die Stammwähler erst mal dabei geblieben, aber mittlerweile eben. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Die drängenden Probleme, die wir aktuell haben, eben in Sachen, nehmen wir mal an, Bürgergeld in Sachen Migration. Da fühlt man sich jetzt irgendwo alleingelassen in Sachen Wirtschaft sowieso. Und da öffnet man natürlich dem rechten Rand jetzt Türen, die man so vielleicht nicht hätte aufmachen sollen. Wie will man die wieder zugregen? Also jetzt mal Achtung an der Bahnsteigkante, denn es gibt nicht wenige, die begegnen mir ja auch, die sagen, also ich AfD, nein, aber die stellen ja wenigstens die richtigen Fragen oder die sprechen wichtige Themen an. Ja, heiliger Einfall. Es geht doch nicht um die Themen. Es geht doch nicht um die Fragen, die die AfD stellt. Es geht um die Antworten. Die sind erschreckend und erschütternd. Wer auch nur mit dem Gedanken spielt, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten könnte, ist ja komplett geschichtsvergessen. Das wäre auch eine Tragödie für unsere vom Export abhängige Wirtschaft. Und trotzdem ist an dem, was Sie sagen, ein Körnchen Wahrheit dran. Denn es gibt auch nicht wenige, die sagen Union, ich weiß es nicht, am Ende machen Sie es doch mit den Grünen. In Nordrhein-Westfalen funktioniert das übrigens leidlich. In Hessen hat sich die CDU bewusst entschieden, nein, keine neue Koalition mit den Grünen. Wir machen jetzt eine Koalition mit der SPD. In Schleswig-Holstein ist es genau andersrum. Da koaliert die Union mit den Grünen. Letztendlich dürfte es immer auf die politischen Inhalte ankommen. Jetzt mal eine Frage wirklich in die Zukunft gerichtet. Ich meine, wir hatten die SED-Nachfolgeparteien, waren anfangs auch ein Tabu. Also auch für die SPD irgendwelche Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei war völlig ein absolutes No-Go. Natürlich aktuell ist die Brandmauer gegen rechts, gegen die AfD. Nun kann man ja hoffen, es bleibt ja die Hoffnung, dass sich irgendwann auch in dieser Partei die Vernunft eher gegen den Extremismus durchsetzt. Und irgendwann wird man vielleicht auch nicht umhinkommen, vor allen Dingen schon mal in den regionalen Bereichen, in irgendeiner Form zusammenarbeiten zu müssen. Ja, also kann es sein, dass die Brandmauer gegen rechts, die man ja aktuell auch formuliert, irgendwann vielleicht doch aufweichen muss? Nein, nicht bei der AfD so, wie sie ist. Da bin ich bei Ihnen. Aber was muss sich ändern, dass sie aufweichen kann? Dann ist es aber nicht bei der AfD. Die AfD lebt davon. Sie lebt davon, dass sie nicht eine bürgerlich-konservative Partei ist, sondern eine Reaktionäre. Sie lebt davon, dass sie keinen Patriotismus pflegt, sondern Nationalismus. Der starke Mann, das ist doch nicht Herr Kruppaller, das ist doch ein Witz, der starke Mann ist Björn Höcke. Zwei Landesverbände gelten als gesichert rechtsextremistisch. Gerade dort, wo die AfD als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird, ist Fraktionsvorsitzender im thüringischen Landtag, den man vom Gericht erlaubt als Faschist bezeichnen darf. Alles nicht meine Wortwahl, aber das beschreibt die Lage leider richtig. Sie treffen da einfach zu viele stramme Rechtsextremisten. Und das hat jetzt mit rechts oder mit bürgerlich oder konservativ überhaupt nichts zu tun. Das ist der Grund, warum ich nach wie vor sage, nein, ich bin ja nicht dabei, die Wählerinnen und Wähler zu beschimpfen. Wie komme ich dazu? Es mag ja auch auf kommunaler Ebene Vernunftbegabte geben. Aber die haben in der AfD noch nichts zu sagen. Glaubt denn irgendjemand, dass die Herren Lucke und Henkel und Meuthen aus Jux und Dollerei die AfD verlassen haben? Lucke und Henkel gehören zu den Gründungsvätern. Die haben die AfD verlassen, weil sie ein Lokal aufmachen wollten mit bürgerlicher Speisekarte. Und dann haben sich immer mehr Springerstiefel breitgemacht und haben die fluchtartig ihr eigenes Lokal verlassen. So wie die AfD Politik versteht und macht, muss die Brandmauer stehen. Aber dann erfordert es auch, dass es mehr in der Union gibt, die Klartext, wie Sie selbst sprechen. Sie kriegen diesen Spagat ja hervorragend hin, konservative Themen, die bei anderen gleich in die rechte Ecke orientiert werden. Das macht bei Ihnen keiner, weil man ihn einfach oder weil Sie das natürlich so auch geschickt und ehrlich und geradlinig rausmachen, dass das gar nichts von rechts irgendwas zu tun hat, sondern einfach mit Vernunft. Ja, also da müsste viel natürlich auch in Ihrer Partei noch getan werden. Ich sitze hier im Wohnzimmer der Familie Bospaar. Meine Frau macht seit sieben Jahren Flüchtlingspolitik. Ich spreche nicht wie der Blinde von der Farbe. Ich weiß genau, was das für eine Arbeit ist, an Betreuungsverträgen unterschieden für eine syrische, für eine irakische Familie. Ich glaube, meine Frau macht das eher für die neuen Kinder in den beiden Familien als für die Erwachsenen. Sie war früher monatelang auf der zentralen Aufnahmestelle am Flughafen Köln-Bonn, der ja auch einen ICE-Bahnhof hat. Aber ich weiß auch, dass ja die eine Seite, das enorme humanitäre Engagement in der Flüchtlingshilfe, in der Gesellschaft, ich bin aber auch ganz klar auf der anderen Seite und sage das auch, dass wir die Integrations- und Aufnahmekraft unseres Landes nicht überfordern dürfen. Vor allen Dingen, wir müssen wissen, wer in unser Land kommt mit gesicherte Identität, mit gesicherter Nationalität. Und da sind meine Frau und ich uns einig. Aber das hält uns doch davon nicht ab, humanitär das zu tun, was wir tun können. Und zum Thema Integration, ich habe einen türkischen Schwiegersohn und sein Vater ist vor über 40 Jahren als Gastarbeiter eingewandert. Da gab es keine Sprachkurse, da gab es keine Integrationskurse. Das war Integration durch Arbeit. Für Integration haben die Arbeitskollegen links und rechts gesorgt. Da war die Schippe und da war das Betonmischgerät. Und dann gib ihm. Und da musste gearbeitet werden. Und als Willy Brandt den Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer verkündet hat, waren die ausländischen Arbeitskräfte unterdurchschnittlich arbeitslos. Also unter noch der durchschnittlichen Arbeitslosenquote der deutschen Kolleginnen und Kollegen ist doch heute völlig anders. Nur wir tabuisieren diese Themen. Dann werden die Probleme immer größer. Sie haben recht, ich bemühe mich immer um Subjekt, Prädikat, Objekt, aber auch um eine Sprache, mit der man niemanden verletzt. Ja, und damit wünsche ich Ihnen natürlich auch gerade jetzt bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten der Republik, wo Sie sich ja selbst da auch eben engagieren, ja viel Erfolg, dass Sie da die Menschen erreichen, die vielleicht dann doch mal noch vor der Wahlurne sich den letzten Gedanken machen und die richtige Entscheidung treffen. Zwei Fragen habe ich noch. Das eine betrifft unsere Parteienlandschaft, wie Sie richtig erkannt haben. Wir haben jetzt die Sarah-Wagenknecht-Partei, ja, die Werte-Union plant das jetzt auch noch. Wahrscheinlich gibt es irgendwann auch noch eine von der Türkei unterstützte islamische Partei. Dava, ist ja schon am Start, Dava. Ja, aber wie sollen wir mit dieser Entwicklung umgehen? Ist das überhaupt gesund für die Parteienlandschaft? Irgendwann wird es nur noch Koalitionen mit drei, vier Parteien möglich machen, überhaupt zu regieren. Ja, was im Ausland in vielen Ländern schon Gang und Gäbe ist, gucken Sie mal in den Niederlanden. Wie viele Parteien da im Parlament sind, die haben doch vor x Monaten gewählt, die haben immer noch keine Regierung. Also das, was Sie beschreiben, Sie können sagen, das ist demokratische Vielfalt, neues Politikangebot auf dem Parkett. Sie können aber auch sagen, dadurch wird Meinungsbildung und Entscheidungsfindung immer schwieriger und Koalitionen immer wackeliger. Beides ist im Grunde richtig. Nun muss man wissen, nicht alles, was da neu am Start ist, ist auch ein Erfolgsmodell. Ich erinnere an die Piraten. Ich musste mal herzhaft lachen bei einem Artikel, Piraten, die neue Volkspartei. Ich habe mich kaputt gelacht, weg. Team Todenhöfer vor drei Jahren, mit riesigem Tam-Tam am Brandenburger Tor an den Start gegangen. Puff, weg. Werteunion als Partei, wem die Union zu weit links ist, der wird dann original, der geht, der wird zur AfD. Warum sollte er denn die Werteunion anders? Ich sehe es beim Bündnis Sarah Wagenknecht, weil das ein neues politisches Angebot ist. Also auf der einen Seite halb AfD, das gilt insbesondere für die Migrationspolitik und auf der anderen Seite halb Linkspartei, das gilt für die Sozialpolitik. Also das ist ein völlig neues politisches Angebot. Ich glaube übrigens, dass der meiste Zuwachs dann von ehemaligen AfD-Wählern kommen wird oder jedenfalls kommen kann. Da halte ich es für möglich, jedenfalls in den neuen Ländern, dass Sarah Wagenknecht mit ihrer Truppe die 5-Prozent-Hürde überspringt. Aber wir haben eine große Hypothek, wenn nicht alles nach der Pfeife von Sarah Wagenknecht tanzt, dann wird sie gehen und dann geht dieser Partei ganz schnell in die Luft aus. Ich bin sowieso dagegen, Parteien nach Personen zu benennen, da ist mir zu viel Kult. Da bin ich bei Ihnen. Ja, die letzte Frage, die ich an Sie habe, wenn Sie jetzt über die aktuelle Lage in Deutschland mal nachdenken. Und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche wären das? Das erste ist jetzt gar kein politisches Thema, sondern das ist ein Herzensanliegen. Wer eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Der hat nur erstmal eine andere Meinung. Und ein Blick in die sozialen Medien zeigt ja, mit welchen Waffen doch gekämpft wird verbal. Da findest du ja Formulierungen unterirdisch. Also ruhige, sachliche, von mir aus auch kontroverse Meinungsdebatten. Alles in Ordnung, aber bitte nicht ins Persönliche, nicht mit Beschimpfungen, Beleidigungen, Hass und Hetze. Das wäre mein größter Wunsch. Zweitens, jetzt nähern wir uns den politischen Themen, eine Steuerreform, die den Namen wirklich verdient. Einfacher, transparenter, gerechter. Ich sage nur Professor Kirchhoff, schon einmal gescheitert. Aber die Ideen, die er damals hatte, bleiben nach wie vor richtig. Wir haben ein extrem kompliziertes Steuerrecht, das weltweit keinen Vergleich in puncto kompliziert scheuen muss. Und der dritte Punkt ist, dass wir jetzt im Hinblick auf die Europawahl uns immer wieder vergegenwärtigen. Europäische Union ist nicht in erster Linie der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist eine Folge des Einigungsprozesses im Herzen Europas, sondern der Grundgedanke der EU ist nie wieder Krieg. Dieser Kontinent hat so viel Elend gesehen. Die Nachbarn sollen nicht mehr aufeinander losgehen, sondern aufeinander zugehen. Und ich hoffe, dass dieser friedensstiftende Gedanke auch im kommenden Europawahlkampf mal eingehend erörtert wird. Wie wichtig die europäische Einigung auch für uns Deutsche ist auch vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung. Ohne den europäischen Einigungsprozess hätten wir in dieser Form die Wiedervereinigung gar nicht bekommen. Ja, Herr Bosbach, dann bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Und ich glaube, auch im Namen der ganzen Aktienlust-Community drücken wir Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass es mit der Gesundheit wieder bergauf geht und dass wir Sie noch lange, lange auch auf den Bildschirmen sehen mit Ihrer klaren Ansage zu den Themen, die uns allen letztendlich nahe gehen und die für uns und unsere Zukunft natürlich wichtig sind. Vielen Dank. Deine Nummer wäre die beste. Alles Gute. Danke. Danke.